Musik Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Es ist für mich eine große Ehre und Freude, dass ich hier heute in Krems mit dabei sein darf bei der offiziellen Eröffnung des Wachauer Volksfestes 2013. Und ich muss eines dazu sagen, eine unglaubliche Kulisse. Ich bin zuerst durchgegangen, ein riesiger Aufwand, eine wunderschöne Location. Und jetzt heißt es hoffen, dass das Wetter bleibt und dass das Publikum kommt und dieses tolle Angebot auch nützt. Sie werden sehen, es gibt wunderbare Angebote. Und das Wachauer Volksfest gibt es ja vom heutigen 22. August bis zum 1. September. Was macht dieses Fest hier in Krems so besonders und was ist denn dieses Mal neu? Ja, lieber Andi, wenn ich das Wachauer Volksfest hier vergleiche mit anderen ähnlichen Festen, muss man sagen, dass es ganz was Besonderes ist, dass wir dieses Fest hier mitten in der Innenstadt in Krems veranstalten dürfen. In diesem tollen Ambiente hier im Stadtpark von Krems. Claudia, ich muss das ganz schnell auch anbringen. Du hast mir gesagt, wie wir zuerst geplaudert haben, dass es heuer ein besonderes Vergnügen war, auch hier diese ganze Vororganisation durchzuführen. Und der Dank gilt der Stadtgemeinde. Der Dank gilt speziell auch dem Herrn Bürgermeister und allen Behörden. Ja, die Zusammenarbeit, muss ich echt sagen, hat heuer wirklich toll funktioniert. Danke, lieber Herr Bürgermeister, danke auch an den Herrn Magistratsdirektor und alle Mitarbeiter der Behörde. Es hat wirklich alles bestens funktioniert und hoffen wir auf die weiterhin sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Danke. Ich würde mal sagen, es geht die Post ordentlich ab, oder? Es geht die Post ordentlich ab und so soll es auch sein. Ich freue mich sehr, dass erstens so viele Leute heute schon gekommen sind. Es ist ja eine Premiere für den ersten Donnerstag. Wir haben das Fest um einen Tag verlängert. Ich freue mich sehr, es ist eine tolle Kulisse, wenn man da zum Springsprunnen schaut. In der Tat ist die wirtschaftliche Komponente abseits des Fun-Elements eines Festes eine ganz wesentliche. Wir haben das beim letzten Mal sehr genau analysiert und erhoben und ausgerechnet und sind darauf gekommen, dass dieses Wachauer Volksfest einen Wirtschaftsimpuls von ungefähr zweieinhalb Millionen Euro auslöst. Herr Bürgermeister, du bist sozusagen erstmals der Hausherr bei diesem Fest im Herzen der Stadt. Was hast du denn bisher schon für einen Eindruck gewonnen? Ja, es ist richtig, dass ich das erste Mal hier bin in meiner Funktion als Bürgermeister. Natürlich war ich schon öfter beim Volksfest, zwar nicht so oft wie der Herr Czerny, der auch unter uns ist, der schon 60 Jahre regelmäßiger Stammgast hier ist. Ja, der erste Eindruck beim Hereinkommen, natürlich ist es wieder großartig und sensationell. Das wird sicher wieder eine ganz, ganz tolle Woche, beziehungsweise werden es tolle zehn Tage. Der allererste Eindruck heuer vom Fest war in meiner Verantwortung, nein, nicht so großartig, weil das waren diese Behinderungen, die durch das Aufbauen etc. bei so einer großen Veranstaltung ja nicht wegzudenken sind. Und ich gehörte da einfach dazu. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, dieses Ambiente und was da steht, was da aufgebaut worden ist, wenn ich mir das Wetter anschaue, dann bin ich mir ganz sicher, dass wir heuer diese 150.000 sicher übertreffen werden. Ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, aber unmittelbar nach der Eröffnung gibt es eine Veranstaltung in der Händelbratterei. Worum geht es dabei? Ja, das ist für die Stadt Krems ganz ein wichtiges Fest heute. Wir von der Stadt wollen uns bedanken für beiden Hilfsorganisationen, bei den Menschen der Stadt Krems, für ihren großartigen Einsatz und für die großartige Unterstützung beim Hochwasser. Es ist ja wirklich Unglaubliches geleistet worden, dass wir mit diesen vielen Freiwilligen und vor allem besonders mit den Organisationen, ohne diese Organisationen, einfach nicht geschafft haben. Und wir haben sie ganz bewusst hierher eingeladen und es haben sich schon von den Organisationen weit über 300 Menschen hier angemeldet und Persönlichkeiten. Aber das zeigt auch, welche Anziehungskraft das Volksfest hier hat. Und ja, ich freue mich, dass wir das heute organisieren dürfen. Sie haben sich diesen Dank verdient. Jetzt hast du zuerst gesagt, dass es einen Herrn gibt, der schon 60 Mal bei diesem Fest war. Wer ist das? Das ist der Herr Czerny. Ich habe ihn gerade vor draußen verzehnt. Hier ist der Herr Czerny. Herr Czerny, kommen Sie schnell einmal zu mir. Geht es? Ganz kurz, meine Damen und Herren, einen kräftigen Applaus, bitte. Moment, Moment, das müssen wir uns jetzt in Ruhe anschauen. Was ist das, Herr Czerny? Das sind sämtliche Dauerkarten der letzten 60 Jahre. Bravo! Beim ersten 53-Jahren war ich 24 Jahre. Heute bin ich inzwischen 84 geworden. Alles Gute an die Krimsauer! Jetzt allerdings wird es ganz offiziell, meine Damen und Herren, wir bitten den Herrn Landeshauptmann zu uns auf die Bühne. Begrüßen wir wieder einen kräftigen Applaus. Dr. Erwin Brölln! Lieber Herr Landeshauptmann, ab heute wird hier gefeiert. Hier geht die Post ab. Das haben wir schon alles jetzt besprochen. Ich möchte das Rad der Zeit trotzdem ein paar Wochen und Monate zurückdrehen. Die Wachau wurde erst vor wenigen Wochen wieder einmal von einem Hochwasserheim gesucht. Heute präsentiert sie sich wieder von der schönsten und besten Seite. Eine Tatsache, die auch den Landeshauptmann stolz macht? Ja, es ist schon sehr wichtig, dass wir zunächst einmal jetzt bei der Eröffnungsfeier auch ganz kurz zurückdenken. Einige Wochen, wie es vor wenigen Wochen hier ausgesehen hat, vor allem in der gesamten Wachau. Und wie es jetzt wieder ausschaut. Nicht zuletzt auch deswegen, weil ich einfach glaube, in diesen Blick zurück können wir auch ein wenig Kraft schöpfen. Und das ist wichtig, auch in einer Zeit wie der heutigen, die so herausfordernd ist. Denn schließlich und endlich ist es immer wieder so, immer wenn wir von Hochwasserkatastrophen besonders heimgesucht werden, und das ist ja in den letzten Jahrzehnten einige Mal gewesen, dann hat sich einfach gezeigt, dass der Familiensinn ordentlich stimmt in diesem Land. Und das ist wichtig. Die Freiwilligen, die Hilfsorganisationen, die Einsatzorganisationen, alles an einem Strang gezogen. Man kann sagen, je dicker es in Niederösterreich kommt, umso dicker halten wir zusammen. Und das Volksfest ist mit Sicherheit auch ein wichtiges Signal, weit über die Wachau hinaus, dass die Wachau wieder in der besten Art und Weise sich präsentiert. Bevor wir das Fass anschlagen, würde ich die beiden Herren bitten, dass wir es so offiziell, so quasi wie bei den Olympischen Spielen machen, gemeinsam, dass wir das Wachauer Volksfest 2013 eröffnen. Bitte schön. Miteinander. Damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, erklären wir das Wachauer Volksfest offiziell für eröffnet. Danke. Es ist eröffnet, meine Damen und Herren, und jetzt wird es wirklich spannend. Es gibt die Schürzen. Zwei Schürzen gibt es. Ich gehe in Deckung. Alexander Stöberl von der Brau-Union ist hier bei uns. Er hilft uns mit. Und jetzt bin ich gespannt. Meine Damen und Herren, und jetzt Finger weg, Herr Bürger. Na ja, Moment, da muss aber was ausser kommen, lieber Herr Landeshauptmann. Ja, stell dir vor. Das geht mit zwei Schenken. Applaus bitte einmal, meine Damen und Herren. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Genießen Sie das Wachauer Volksfest von heute bis zum 1. September. Freuen Sie sich in diesem wunderschönen Ambiente. Und ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen hier einfach gefällt. Auf Wiedersehen, sagt Andi Marek. Dankeschön. Schönen Abend noch. Applaus Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.